Der RTF1 Wetterboote, präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen. Dem größten Modeeinkaufszentrum in der Region Neckaralp. Stark in Preis, Auswahl und Service. Haben Sie den morgigen Brückentag auch frei? Na wunderbar, dann nutzen Sie das herrliche, aber nicht zu heiße Wetter doch für die Gartenarbeit oder zum Entspannen oder zum Shoppen. Je nachdem, worauf Sie Lust haben. Der RTF1 Wetterboote, präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen. Dem größten Modeeinkaufszentrum in der Region Neckaralp. Stark in Preis, Auswahl und Service. Das RTF1 Wetter wird Ihnen präsentiert von Möhn. Die Macher in Dettingen-Erms. Möhn liefert die Sonne mit. Ein sonniger Freitag steht uns bevor. Den ganzen Tag über ist kein einziges Wölkchen am Himmel zu sehen. Dennoch bleibt das Thermometer bei mäßigen 24 Grad stehen. Die Nacht wird bei 16 Grad mild und sternenklar. Auch am Wochenende setzt sich der pure Sonnenschein fort. Dazu steigen die Temperaturen konstant an. Ihren Höhepunkt erreichen Sie dann zu Beginn der neuen Woche mit 33 Grad. Und das trotz vereinzelter Wolken am Himmel. Das RTF1 Wetter wurde Ihnen präsentiert von Möhn, die Macher in Dettingen-Erms. Möhn liefert die Sonne mit. Besuchen Sie uns auf der Garden Live und finden Sie bei uns den passenden Sonnen- und Wetterschutz für Ihre Terrasse. Möhn liefert die Sonne mit. Untertitelung des ZDF, 2020